Hallo Leute, es geht weiter mit Dark Souls 3. So, die Tänzerin ist tot, zum Glück. Wir haben nicht allzu lange gebraucht. Es liegt gut. Auf jeden Fall. Wohin geht es jetzt? Wohin geht es, Leute. Schlimm. Und jetzt? Wie süß er klettert. Also, mal schauen. Was steht da? Vorsicht, vor der Ware Kampf beginnt. Es beginnt erst. Wow, wie lange dauert das Spiel? Genau, wenn man hier links geht. Abfall. Aha. Geht man zum Garten, das weiß ich. Optional. Das ist optional jetzt. Glaube ich. Das müsste optional sein. Also, der Bosskampf ist optional. Ah, optional, oder? Ich weiß es nicht. Ich will nichts sagen. Aber den schwingt auch. Oh Mann. Auf jeden Fall dauert es nicht mehr lange mit einem Bosskampf. Das weiß ich. Große Titanit-Scherbe. Gut. Aha. Ich könnte hier rausspringen. Wieso habe ich das nicht getan? Aha. Oh. Ist das Gift? Das ist Gift. Scheiße. Nein. Nein. Oh. Jetzt habe ich Glück gehabt. Oh Gott, jetzt habe ich Glück gehabt. Mann. Wieso habe ich das Zeug nicht gekauft? Ah. Ja, ich habe nichts gegen Gift. Oh, Scheiße. Jetzt bin ich wieder ganz nach oben. So. Muss ich da rausspringen. Ich habe alles außer Moos gegen Gift. Super. Vielleicht ist das welche. Ist das Scherbe? Wir haben schon maximal 15. Sagen wir da. Aha. Gift. Oh. Okay. Wie komme ich da hin? Nein. Kann man das? Ich weiß nicht. Boah. Ah, guck das mal an. Ich kann ja hier springen. Oh Gott. Titanitbrocken. Gut. Ich habe keine mehr gehabt. Ah, jetzt kann ich da rüber. Oh Gott. Sieht nicht so einfach aus. Einfach rollen vielleicht? Ich versuche mal. Und eigentlich hat es nicht geschafft. Na super. Oh Gott. Oh. Oh. So, Backstab. Wow. Noch vorsentlich Schaden? Sehr Esel. Sehr Esel, muss ich sagen. Oha. So, jetzt noch ein Schlag. Oh. Oh Gott. Gut, gut. Oh Gott. Also ich bin jetzt am überlegen, soll ich zum Boss rennen? Soll ich? Und dann erst später können wir da alles erkunden. Würde auch gehen, oder? Oh Gott. Ich hasse diese Gegner. Oho. Die sind so unberechenbar. Wirklich. Voll. Und ich glaube, hier gibt es sogar Titanic-Scholler, glaube ich. Vielleicht Asche auch. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, jemand ist hinter mir. Oha. Oho. Oh shit. Hätte ich doch giftiger Moos. Das wäre super. Dunkler Edelstein. Okay. Was haben wir da? Schauen. Nichts. Guck mal. Da gibt es paar Sachen. Und ich bin mir... Was ist das? Invasion? Oh nein, bitte nicht. Wenn ich da runterspringe... Oh Mann. Titanic-Brocken. Oh. Junge, Junge, Junge. Der hat gar nicht lange gebraucht, ne? Der hat ja gar nicht lange gebraucht, mich zu sehen. Super. Kommt er mit? Nein. Gibt es hier noch? Oh Gott. Ich würde gerne alleine kämpfen. Nicht gegen alle drei. So. So. Hallo, Freund. Okay. Mann, 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 Mann. Oha. So. Jetzt ist er tot. Große Titanit-Scherbe. Wow. Super. Okay. So. Den Türsteher muss ich auch... ...bezwingen, oder was? Jetzt ist es nicht giftig. Oha. Oha. Au, 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 au. Oh nein. Fass auf, Murug. Ai. Oh. Oh Gott. Was ist los? Das ist ja voll... ...agro. Ai. Ai, 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 ai. Oh, scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das gewesen? Oh Gott. Oh nein. Oh, shit. Zauber, Stein, Platten, Ring. Super. Boah. Okay, wir haben noch zwölf Flaschen. Jo, ich denke, das ist genügt für den Boss. Ja, das ist in guter Laune. Oh, ho, ho. Oh, oh. Pech wird benötigt. Ah, aha. Wünsch mir Glück. Das ist Kaffee. Nicht Kohle. Weißt du es? Well, I will not give him up. For he is all that I have. Sind das Zähne? Der ist aber mager. Hast du abgenommen? Okay. Viel Glück. Ozeiros heißt er. Der verzehrte König. Nicht Ozelot. Jetzt heißt du Ozelot. Oh. Oops. Okay. Konzentriert sein. So. Kippie. Oh. Oh. Geh raus. Geh raus. Geh mir Angst. Du warst als Kind von Drakens. Was kannst du tun? Ich weiß nicht. Vielleicht wird das nicht. Oh, oh, spring weg! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aha. Nee, ich kenne den Schild. Kommt so lau... Ey, das dauert alles, hör. Wow, das ist getroffen. Oh, 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 oh. Den habe ich jetzt nicht erwartet. Der ist nicht gut drauf. Der ist nicht gut drauf. Der ist nicht gut drauf. Nein. Ja, genau auf die Eier. Ja, stirb Motherfucker. Oh, nein, warte. Oh nein. Oh nein, oh nein, bitte nicht. Der sieht sehr gut aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der sieht sehr gut aus. Oh scheiße. Ei, 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 ei. Ich würde mich gerne heilen einmal. Darf ich? So, jetzt. Gib ihm. Oh mein Gott, er stirbt gleich. Oh Gott. Ja, noch ein, zwei Schläge. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir schaffen es. Es war schon nicht so schwer. Okay. Noch ein Treffer er ist tot. Der war nicht so schwer. Wow, mein Schild ist so geil. Vom Jorm, der ist ein Riesen. Seele des verzerrten Königs. Ladies and Gentlemen. Tut mir leid. Das war nicht so ein großer Kampf wie versprochen. Ich habe gar nichts versprochen. Aber, ja. Gut, ich habe jetzt 200.000 Seelen. Das ist wonderful. Traurigkeit. Ja, dieser Part wird wieder ein bisschen kürzer sein, wie es aussieht. Lasst ein Erscheinen tränen. Ja, ich bin traurig. Leuchtfeuer entzünden. Okay. Nicht rasten. Was haben wir da? Also hier, ich werde hier im nächsten Part reingehen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Jwww.